Das ist mir gerade noch gefehlt. Hey Südje, fünf Minuten. Kannst du mal nachschauen, ob du einen Schwanz in deiner Hose fängst? Du, Ken, ich hab sensationelle Neuigkeiten. Wirklich? Super, das freut mich für dich. Äh, aber ich hab doch noch gar nicht... Ich bin dein größter Fan. Es ist soweit. Du und ich, wir können endlich zusammen arbeiten. Wow, das ist ja mega. Ich hab ja all deine Hits auf CD. Also den einen. Aber ich hab die ganze CD. Das ist ja mega. Das ist ja mega. Das ist ja mega. Das ist ja mega.